Ich habe mich selbst eingetreten. Nicht, dass ich eine große Wahl gehabt hätte. Was? Du hast einfach daneben gesessen und hast nichts getan, um es zu verhindern. Was hätte ich tun sollen? Ich weiß nicht. Sie ansprang mir eine Ohrpfahl gegeben, sie dazu bewegen, mich in Ruhe zu lassen. Theresa, sie ist meine Mutter. Und das gibt dir das Recht, mich so zu behandeln? Was hätte ich tun können? Vielleicht für mich kämpfen, Danny. Für dich kämpfen? Versteh doch, meine Mutter. Sie ist alt. Sie hat ihre Gewohnheiten. Es wird eine Weile dauern, bis sie sich an dich gewöhnt hat. Das wird es nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil ich nicht bleiben werde. Oh, bitte, tu mir das nicht ab. Nein, ich möchte einen Mann, der immer für mich kämpft, der immer zu mir steht. Der mich nicht im Stich lassen kann. Echt?